Ich bin Psychiater, oh, mein Kitzel weht so luftig, mein Löffel ist so süß, Patienten find ich lustig. Hol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol. Hol, 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 dann muss ich nicht fixieren. Der Patient aus Nummer vier nennt meine Mutter Fotze. Ich sag ihm, dass das so nicht geht und rutsche aus seiner Kotze. Hol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, Hol, hol, hallo, Peridol, hol, hallo, Peridol, hol, wir, dann kann er sich entspannen. Doch die Dosis war zu leicht, er spielt mit seiner Kacke. Ich bleib freundlich und ich hau ihm eins mit seiner Nachttischlampe. Hol, hol, hallo, Peridol, 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 hol, hallo, Peridol. Dann kann ich ihm noch eine Zimmern, der Schlag war gut, es ist ein Bruch. Ein Fall für den Orthopäden, welch ein Glück, wir sind ihm los, wir können ihn verlegen. Hol, hol, hallo, Peridol, 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 hol, hallo, Peridol. Ich bin der Psychiater.